Das direkte Umfeld des Mannes hat sich Sorgen gemacht über ihn. Das wurde am Abend im Rathaus noch einmal klar. Denn es gab nicht nur den anonymen Hinweis an die Waffenbehörde, sondern bereits vor zwei Jahren den Anruf des Vaters beim Sozialpsychiatrischen Dienst. Sein Sohn höre Stimmen und wolle sich umbringen. Wegen der Corona-Pandemie habe die Einrichtung aber nur telefonischen Kontakt mit ihm aufgenommen und keinen Handlungsbedarf gesehen, teilte das Landeskriminalamt den Abgeordneten im Innenausschuss mit. Gleichzeitig konnte Philipp F. sein Umfeld wohl gut täuschen. Als er am Tatabend das Haus verließ, hielt er einer Nachbarin noch die Tür auf und redete kurz mit ihr. Und er war direkt vor der Tat offenbar noch unentschlossen. Hätte die Waffenbehörde den Mann also aufhalten können, nach derzeitig geltendem Recht wohl nicht, sagt die Innenbehörde. Die oppositionelle CDU bezweifelt das.